Ich möchte jetzt mal eine relativ einfache Methode zeigen, wie du Farbanschübe bei Korrekturen ganz leicht vermeiden kannst. Und zwar lege ich mir mal eine neue Ebene an, die ich mit 50% Grau fülle und setze die in den Modus Weiches Licht, denn ich möchte dir das anhand von Dutch & Burn zeigen. Wenn ich mir jetzt den Nachbelichter nehme, Belichtung 50% Mitteltöne, ich nehme jetzt mal eine relativ hohe Belichtung, weil ich das einfach mal übertreibe, um dir das besser zeigen zu können und dunkel jetzt einfach mal diesen Bereich ziemlich stark ab, dann fällt sofort auf, dass wir hier einen Farbanschub haben. Das heißt, wir dunkeln den Bereich nicht nur ab, sondern wir verändern auch die Farbwerte, die Sättigung. Und da wir diese Ebene ja schon in den Modus Weiches Licht gebracht haben, können wir jetzt nicht sagen, dass wir das Ganze zum Beispiel in den Modus Luminanz bringen möchten. Aber was wir machen können ist, wir können uns zum Beispiel eine Gradationskurve anlegen, können die unter unsere graue Ebene setzen, nehmen uns unsere graue Ebene, halten die Alt-Taste gedrückt und versetzen diese Ebene jetzt mit einer Schnittmaske auf unsere Gradationskurve. Und jetzt können wir den Ebenemodus von der Gradationskurve verändern. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Ebenemodus Luminanz wählen, und ich weiß nicht, wenn du jetzt mal hier in diesen Bereich schaust, ich mache das jetzt nochmal rückgängig, dann siehst du, dass wir den Farbanschub ausblenden. Es sieht natürlich trotzdem nicht schön aus, was einfach viel zu übertrieben ist, aber um es dir zu zeigen, sieht man das eigentlich ganz gut. Also hier ohne Farbanschub, dass wir den mithilfe von unserer Gradationskurve ausblenden lassen und das Ganze nur mit Dutch & Burn, beziehungsweise mit der graue Ebene, mit diesem Farbanschub. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Dutch & Burn. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, sagen wir mal, eine Tonwertkorrektur nehme und die in den Modus ineinander kopieren setze, dann habe ich ja nicht nur eine Kontraststeigerung im ganzen Bild, sondern auch hier wieder unheimlich krasse Sättigungsanschübe. Und hier kann ich genau das gleiche machen. Ich nehme eine Gradationskurve, setze die Gradationskurve unter meine Tonwertkorrektur, versetze die Tonwertkorrektur mit einer Schnittmaske auf meine Gradationskurve und kann jetzt die Gradationskurve wieder in den Modus Luminanz setzen. Und so habe ich die Kontraste im Bild gesteigert, aber die Sättigung von den Farben beibehalten. Genau, das wollte ich dir einmal zeigen, dass du einfach eine zweite Ebene als Hilfsebene nehmen kannst, die du in den Modus Luminanz setzt und dann deine eigentlichen Korrekturen als Schnittmaske auf deine Luminanz-Ebene setzt, um halt Farbschübe zu vermeiden.